Reines Wasser ist lebensnotwendig. Doch die Qualität unseres Wassers sieht ganz anders aus. Denn das, was wir tun, ist nicht immer umweltfreundlich oder gar gesund. Im Gegenteil. Und deshalb braucht es jetzt ein neues Verständnis für die Wasserbelastungen. Denn sie entscheiden über unsere Zukunft und über unser Überleben. Es geht um die Erkenntnis dessen, was wirklich unser Erbe aus der Vergangenheit ist. Und Altlasten. Zeitbomben im Untergrund. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Erich Meidert. Schön, dass du da bist. Servus. Grüß dich Gott. Du bist Geschäftsführer der Firma Mr. Water. Ja. Aber bevor wir da einsteigen, du warst das ja nicht immer. Du warst ja früher auch im Immobilienbereich tätig, warst auch sehr erfolgreich. Wie kommt ein Mann dazu, der eigentlich alles erreicht hat, sich plötzlich mit dem Element Wasser so auseinanderzusetzen? Nein, die berühmte Sinnkrise im Leben. Du musst irgendwann einmal sehen, die Leiter des Lebens hat 100 Treppen. Und irgendwann erklimmst du die Treppe 40 und denkst, da ist das alles. Geld und Gut und Macht und jeder beneidet dich. Aber wenn das Herz leer ist und du merkst, das ist es nicht, dann beginnt die große Krise. Und dann hilft dir oft jemand, dich vom Thron zu stoßen, das Schicksal oder das böse Schicksal. Manche nennen es Pech. Und es ist, wie es ist. Also auf alle Fälle war es eine definitive, ist der Sinn des Lebens, viel Geld zu haben, berühmt, aber die Leere zu spüren. Und dann kommt wirklich die große Leere. Und dann, wo Leere ist, ist auch ein Loch oft. Da fällt man in dieses berühmte Loch und da hat sich mein Leben sehr verändert. Aber ich weiß nicht, wie es kommen ist. Es ist meistens so. Die Belüfte mit Wife, mit Life. Hast du als Kind schon mit Wasser zu tun gehabt, dass du am Meer gerne warst oder gerne in der Badewanne gesessen hast? Das hat mich interessiert. Also ab dem 14, es hat mich einfach interessiert, das Thema Wasser. Und der Ursprung war schlicht und einfach eine simple Kapelle. Da gab es im Bayerischen Fernsehen eine Sendung. Nämlich bei mir ganz in der Nähe, da steht eine alte Kapelle. Und drunten fließt ein Bründel. Also kommt das Wasser raus. Und da gehen die Leute hin zum Pilgern. Und dann sagen die im Fernsehen, pass auf, wenn du diese Kapelle jetzt um 10 Meter versetzt nach links, ohne dass du den Untergrund berührst, dann wird das Wasser verschwinden. Da dachte ich, so ein Kass. Also das kann nicht sein. Sehr spannend. Auf der anderen Seite, wenn du dann das wieder zurücksetzt, dann wird das Wasser wieder kommen. Und dann habe ich so ein bisschen geforscht und recherchiert. Und das ist überall, wo dieses ganz besondere Wasser war im Umkreis. Wir haben da, das heißt Annabrun und Traxmühle und so. Überall war das so ein magischer Ort. Wo die Leute hingebildert sind, haben sich ja Wasser geholt. Und so begann die Reise. Es war sehr wohlschmeckend. Es war richtig gut. Und dann habe ich meine Kinder malträtiert und bin da hin marschiert. Und habe mit 80 Liter Weise, habe ich mir das, so Milchflaschen, einfach geleert. Und habe bei Wind und Wetter mit Leiterwagen, Sturm und Schnee. Ich habe gesagt, der ist völlig verrückt. Aber ich habe das Wasser getrunken. Das hat mir sehr gut geschmeckt. Und so begann die Reise. Und das war jetzt genau 24 Jahre ist das her. 97. So begann das. Und dann hat mich jeder für nicht ganz zurechnungsfähig gehalten. Aber das war mir wurscht. Weil wenn du aufwachst mit dem Gedanken und mit dem Traum und mit der Idee, das kannst du nicht. Udo Jürgens sagt ja, man kann den Sänger in Ketten legen, aber niemals sein Lied. Und das Lied war da. Das Lied. Was ist mit dem Wasser? Was ist mit Edelsteinen? Und dann schaust du, hörst du. Und da begann ja die große Internetzeit. Und so hat sich das entwickelt. Aber je mehr ich geforscht habe, umso mehr Fragen kamen. Umso mehr. Und jetzt nach 24 Jahren kann ich sagen, ich kriege es einigermaßen zusammen. Nämlich aus diesen ganzen weltberühmten Forschern. Wenn du nichts anderes tust eigentlich und dich das mental beschäftigt. Wie könnte es gehen? Und das war so ein Thema. Wie kann ich Leitungswasser so veredeln, dass es dieses Gletscherwasser hat, Hochgebirgswasser, Lourdes oder irgend so, diese ganz magischen Wasser. Wie geht das? Funktioniert das? Wie kriege ich es so gepackt? Und das war aber ein unendlich langer. Die Reise hat letztendlich bis vor zwei, drei Jahren gedauert, bis ich gesagt habe, yes, so ist es. Das ist es. Weil wir müssen ja Thema Mineralien berücksichtigen, Reinheit, Umwelt und sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt glaube ich, und nachdem ich einfach die Literatur lese und unendlich viel YouTubes schaue, die Vorschau auf Englisch und in der Welt rummarschiert bin, natürlich, in Südkorea, überall fliege ich dann hin und schaue es mir an. Bin auf den weltgrößten Messen, jedes Jahr Shanghai, every year. Also das waren immer zwei Tage Ausstellungen. In 70 Stunden war ich wieder da. Aber ich muss sehen, was die Filtertechnologie macht und dann die Forscher natürlich. Wahnsinn. Und ja, wer wo was erzählt. Im Grunde bist du jetzt das Sammelsurium für alles, was das Thema Wasser angeht. Du hast ja schon gesagt, du hast das so zusammengesucht. Ja, Trinkwasser. Es gibt ja in Salzungsanlagen Aufbereitungsmethoden. Es gibt ja die Wasserwerke, was und wie es die machen. Ich wollte mich dann zum Kongress mit Hilfe vom Ministerium. Bin ich nicht mehr reingekommen, wenn die Wasserversorger sich untereinander treffen. Aber ich habe da im Laufe der Jahre Whistleblowers, weil ich bin relativ friedlich mit dem Mensch. Und die erzählen mir dann, was so eine Sache ist. Also mich interessiert der Mensch, das Trinken. Die Umwelt und Brunnenbau und so, da lasse ich dann die Finger. Und ich verweise auch oft auf andere Unternehmen, dass ich sage, du, der hat mehr Ahnung. Na noch, man weiß ja nicht, was in der Zukunft kommt. Mich interessiert der Mensch. Das, was ich habe, wo du sagst, ehrlich, super, gut schmeckt es, passt mal. Super. Also im Grunde war das eine Kapelle. Du meinst so eine Kapelle, so eine religiöse, so eine Kirche. Ja, es gibt ja diese kleinen Kapellen auch. Da kann kein Mensch schreiben. Also mehr Schicksalszeichen kann es ja eigentlich nicht geben. Das muss ich damals nicht. Da hat irgendwas im Universum gesagt, da musst du jetzt hinkommen. Ja, heute, heute schon. Unglaublich. Und jetzt bin ich nach über 20 Jahren wieder hin und war halt auch ziemlich entsetzt, so wie es halt überall ist mit meinen Messungen, wo ich sage, die Qualität hat sich verschlechtert. Ich weiß natürlich, warum. Na, dann wollen wir doch da mal einsteigen, weil das Thema heute ist natürlich auch, als wir uns zusammengefunden haben und darüber schon mal im Vorgespräch ein paar Punkte ausgetauscht haben, war ich schon entsetzt. Also man weiß ja viel, dass das Wasser nun mal heutzutage nicht mehr die Qualität hat wie früher. Aber fangen wir doch mal an, was denn so das Hauptproblem ist oder die Hauptaltlast und was du überhaupt Altlast nennst. Das kann man so schwer, ich habe letztes Jahr 3700 Wasserproben gemacht. Und ich interessiere mich auch für Geschichte. Also ich habe mir an Weihnachten zum Beispiel die Serie World at War angeschaut. Das waren 26 Folgen über den Zweiten Weltkrieg, Dokumentationen, alles in schwarz-weiß, alles Originalfilme. Gibt es im Jahr 73 wurde der gedreht über die ganze Welt. Also Papa Neuginea wusste ich nicht, dass die Weltkriege haben mit den Japanern und so. Irre. Ich schaue mir immer die Gegenden an und letztendlich, man muss, mir geht es nur darum, Verständnis zu finden, nicht anzuklagen, sondern schau her, 1850 kam die Industrielle Revolution auf. Und dann gab es im Gebiet Düsseldorf, in der Ecke die ganzen Bergbauten etc. In Hamburg die Schifffahrten, in Berlin verschiedene, in Bayern war natürlich Landwirtschaft. Aber die Industrielle Revolution war ja eine Revolution. Die Leute sind in die Städte gestürmt, es gab keine Kanalisation, es gab gar nichts. Es gab nur Überleben, Arbeiten, Maschinen und alles hat man. Und darum ist der Begriff Bürgermeisterkippen, der wurde erst 1972, also nach 120 Jahren, wurden die Bürgermeisterkippen verboten. Nämlich jeder Bürgermeister, auf Bayerisch Burgermeister, war es erlaubt zu sagen, da ist ein Loch, schmeiß dein Zeug rein und verfüll es. Weil du musst dir vorstellen, wir haben statistisch zwischen 400 und 700 Kilogramm Abfall, hat jeder Mensch pro Jahr. Und das mal 80 Millionen, mal 100 Jahre. Also wo ist der ganze Müll? Und dann ist halt regional, gibt es grandiose Unterschiede. Wer denkt denn, dass in der Lüneburger Heide, dass es Gebiete gibt, die du bis heute nicht betreten darfst, die bis heute noch niemand betreten hat, weil da so viele Altlassen vom Zweiten Weltkrieg drinnen liegen. Wer denkt, was in Berlin war. Und diese industrielle Revolution war eben vor 150 Jahren. Und seitdem produzieren wir Müll und Abfall. Wo ist er? Er ist im Boden. Und man hat halt alle Kiesgruben, die du für den Städtebau verwandt hast, hat man einfach verfüllt mit Hausmüll, egal womit. Das beste Beispiel ist das Reichstagsgelände Nürnberg. Da sollten ja 400.000 Zuschauer reinkommen. Und das hat man bis 1971, konnte man alles reinschmeißen, Industrie und Hausmüll, bis es voll war. Und dann hat man das zugemacht. Dann gab es einen See, hat sich dabei gebildet, der Silbersee. Da gibt es über 50 Tote, die einfach da drinnen sind. Und die Natur wächst und gedeiht, so ähnlich wie jetzt in Tschernobyl ja auch, außenrum. Aber baden, wenn du tust, dann wirst du sterben. Und auch die Fische da draus. Ja, es ist der Silbersee. Und so finde ich eins nach dem anderen. Und ich schaue mich, ich interessiere mich halt einfach für die Geschichte. Wie gesagt, momentan ist ja aktuell das Ganze, wenn der Bergbau schließt, die Gruben sind ja verfüllt. Da sind ja x Tonnen Giftmüll und Zeug gelagert. Da läuft natürlich das Wasser rein, die werden geflutet. Dann hast du ja in Berlin, und vor allem hat mich auch die Weltkriege interessiert. Der erste Weltkrieg war der giftigste aller Zeiten. Mit den ganzen Giftgasbomben, die Schlacht vor war da. Mit Millionen Toten. Und da war ja alles erlaubt. Und diese Sachen, die lagern im Boden. Und das Schlimmste ist halt dann im Zweiten Weltkrieg gewesen, dass du alles, was du hattest, wurde in die Lüneburger Heide geordert. Und da wurde es auf Züge verladen. Und die Züge sind zur Ostsee gefahren und auf Schiffe. Und die Schiffe wurden versenkt. Du hast heute amtlich, also alle Zahlen, die ich nenne, sind vom Umweltbundesamt. Du hast in der Ost- und in der Nordsee 1,6 Millionen Tonnen Altlasten. Und du hast 300.000 Tonnen Chemikalien. Allein vor Bornholm lagern 50.000 Tonnen Giftgas. Und das Schlimme jetzt, hier heute ist, dass das alles natürlich korrigiert. Und da gibt es Berichte, auch neulich im Spiegel, über diese Altlasten im Boden. Ich habe bei mir auf der Homepage, dann habe ich noch etwas gemacht, ganz interessant, auf der Homepage bei mir steht Wasseralarm online. Und da sammle ich jeden Tag, ich habe bei Google das Alert eingestellt, über Trinkwasser, jeden Tag über die Trinkwasser-Havarien. Was, wo, ausfällt, wo ist. Und die Seite ist, das sagst du, es gibt kein Deutschland, so viele Altlasten sind da, überall erwischt sich. Jetzt habe ich letzte Woche in Köln zum Beispiel, da ging es um irgendein Gift, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie es heißt, PFC, Perflorierende Chemikalien. Köln hat ungefähr 2.000 Messstellen. Und da sind aber bestimmt in 20, 25 sehr schwere PFC-Belastungen drin. Es ist alles offen und alles transparent. Und das ist halt drin, PFC, Perflorierende Chemikalien, wo eine erhöhte Messung ist zwischen 10 und 50 Milligramm. Der Grenzwert ist 0,1 Milligramm. Also irre. Und das interessiert mich halt. Erstens die Verlautbarungen, aber auch dieses Verständnis, weil man hat halt alles vergraben. Es gab kein Bewusstsein, es gab kein Gesetz, nichts und niemand hat daran gedacht. Man will auch keine Verantwortung, man wollte es einfach nur weghaben. Ja, aber es war kein Bewusstsein da. Weder von den Bürgern, noch von der Politik, noch von so einem. Da war halt eine Kiesgrube und die hast du halt verfüllt. Wahnsinn. Aber dass da Schwermetalle, Öle, alles, was damals war, das ist einfach drin. Aber auch Waffen, Panzer, all das liegt da jetzt. Ja, das ist ja das Lustigste. Das ist ja das Lustigste. Du musst dir mal vorstellen, in der Rheinebene, da waren ja die ganzen Fabriken. Am schlimmsten betroffen ist Niedersachsen. Und wenn du da schaust, da waren die ganzen Munitionsfabriken, die wurden ja alle zerbombt. Und dann hat man ja natürlich, ich sage immer die lustige Story, ich komme ja vom Schliersee, da war es so, dass Leute gesagt haben, die Amerikaner kommen. Wenn du drei Tage vor der Kapitulation deine Klamotten rausgezogen hast, dass du zeigst, du bist kein Nazi, dann haben sie dich erschossen. Hast du drei Tage spät, haben sie dich wieder erschossen, weil da waren dann die Amerikaner da. Also man hat, ich sage, im Tegernsee weiß man, da liegen, also am Walchensee, im schönen Bayern, da liegt ein Flugzeug. Am Tegernsee hat man Panzer gefunden. Am Schliersee genauso als im schönen Oberbayern. Und dann ist natürlich interessant das Altlastenverzeichnis von dem Umweltbundesamt. Und das habe ich studiert. 2018 habe ich da gefunden, Altlastenverdachtsflächen, Verdachtsflächen. Aber bis was eine Altlastenverdachtsfläche ist, muss viel passieren, weil ich aus dem Landkreis Ebersberg komme. Und da habe ich selber 60 Altlasten eruiert im Laufe der Zeit, 60 Stück. Offiziell registriert sind drei. Und jetzt diese Altlastenverdachtsflächen, die waren im Jahr 2018 vom Umweltbundesamt, das sieht man bei mir auf der Homepage auch, da kannst du in Summe 264.000 feststellen. Und ich habe mir schon immer gedacht, boah, Hessen ist aber 1.300 ist nicht viel. Respekt, Hessen. Berlin ist auch nicht so viel, oder? Ach, in Berlin nur 5.400. Berlin ist aber nicht ganz so groß, gell? Du musst dir mal vorstellen, du hast das Oberflächen. Berlin ist ja zerbont worden. Wenn du das anschaust, was da im Zweiten Weltkrieg los war, was da Millionen Tonnen Sprengstoffe runtergefallen sind, plus natürlich alles zerstört, alles drin im Boden. Und dann hat Berlin ja Ufer, ein sehr viel wasserreiches Gebiet. Das ist ja wieder ein Komma-auf-anders-Paradoxon zuzu. Aber jetzt mal, um den Bogen zu spannen, dass du dann in Hessen, war im Jahr 2020, waren jetzt nicht 1.300 Altlastenflächen, sondern 103.000, 100.000 mehr. Das Zweite war, in Baden-Württemberg hatten man 15.000 Altlasten. Okay, schauen wir die verschiedenen Reihen an. Und plötzlich heißt es, zwei Jahre später, jetzt, 2020 ist aktuell, steht nicht mehr Altlastenverdachtsflächen 69.000. Die hat es vorher gar nicht gegeben. Das ist Stand hier und heute, Umweltbundesamt. Was passiert da genau? Ja gut, da stellt man halt fest, da ist was. So wie in Österreich gibt es auch die Altlastenflächen, 68.000, da sind zum Beispiel, ich war neulich in Grödig, da bin ich hingefahren und habe mir gedacht, jetzt schaue ich vorher nur nach, wo da der Hund begraben ist. Ja, das sind fünf, sechs Straßenzüge. Das sind nicht 100.000, 500.000 Quadratmeter, das sind ganze Areale in Linz, überall in Österreich. Also so ist es. Und was da genau passiert ist, du weißt es nicht, da werden Bodenproben gezogen, so wie in Köln. Wenn du 2.000 Flächen hast und davon sind 20 massiv kontaminiert, dann zählt das natürlich nicht, dann stellt man das fest. Aber PFC zum Beispiel ist nicht amtlich, dass man sagt, hier PFC wird gemessen. Weil die Trinkwasserverordnung misst nur 55 Stoffe. 55, das ist gar nichts. Und die Bundesregierung hat ja jetzt mal, da war eine Anfrage, und zwar wegen der Pestizide. Und die Anfrage war, wie viele Pestizide sind im Umlauf? Da hat die Bundesregierung gesagt, 872, aber das Schlimmste ist DDT. Und DDT wurde 1972 schon verboten. Das ist ein hochwirksames Gift. Das ist halt im Boden, es sickert runter. Und darum ist, wenn wir darüber sprechen, macht es Sinn, über das Thema zu reden. Das heißt, alles, was da unbemerkt, sage ich jetzt mal, viele, viele Jahrzehnte liegt, fängt ja auch an zu arbeiten. Geht ja in Interaktion. Mit jedem Regen sickert es runter. Das ist so, ich kann es nicht ändern. Mir kommt es nur darauf an, die Mission zu sagen, Leute, glaubt nicht diesen ganzen, es gibt so viele gute Wässer auch, gibt es auch in Deutschland. Und ich schaue es mal durch. Aber glaubt nicht eurem Wasserversorger oder euren Politikern, weil die wissen es ja selber oft nicht, was sie machen. Also es gab ja danach auch diese chemische Revolution. Es ist ja nicht nur die Industrialisierung, sondern danach ging es ja auch los, dass auch die Medizin und die ganzen chemischen Produkte, die wir sozusagen nicht nur durch uns selbst durchflüssen, da hast du ja auch erschreckende Zahlen, was da schon alleine pro Haushalt... Ja, 630.000 Tonnen wurden vorletztes Jahr praktisch an... Wie viel 600? 630.000 Tonnen wurden für Reinigungsmittel, für Waschmittel und Shampoos und sowas, wurde produziert 630.000 Tonnen. Nur in Deutschland. Und das ist aber Jahr für Jahr und das fließt ja rein. Es ist die amtliche offizielle Zahl. Und das geht alles ins Abwasser, in die Umwelt, weil die Wasserwerke, die haben drei oder vier Klärstoffen, die kriegen das hinter und vorne nicht aus. Hinter und vorne nicht. Und das schlimmste Verbrechen, das Schlimmste, ist ja eines, dass das Umweltbundesamt wörtlich schreibt, also du musst dir vorstellen, das Wasser kommt da rein in den Klärrechen, das ist halt das Übelste mit dem Rechen. Das ist wie mit dem Kamm, wird das rausgenommen und dann wird es über Sandfilter. Das hochgiftigste ist der Klärschlamm. Und der Klärschlamm wird dann getrocknet und der landet wieder zu 50 Prozent auf den Feldern. Und das Umweltbundesamt sagt, sie hoffen, dass bis 2029 diesen Klärschlamm reduzieren können in unter 50 Prozent, dass er verbrannt wird. Also das heißt, das hochgiftigste, weil die Uni Bayreuth hat mal eine Tonne Biomüll getestet und da haben die 400.000 Teile Mikroplastik gefunden. Aber ist mir jetzt schon klar, das Mikroplastik über den Klärschlamm kommt wieder auf die Felder, Return to Sender. Also jetzt ist dieser Kreislauf. Ja, du hast ja auch auf deiner Seite viel erklärt, es gibt ja auch diese Krankenhauskeime und die Medikamentencocktails, die natürlich auch noch hinzukommen, wo man auch überhaupt nicht wirklich drüber nachdenkt im Alltag. Das ist auch ein Verbrechen an der Menschheit, dass wir wahnsinnig viel für Gesundheitssysteme ausgeben, aber du musst nach jedem Krankenhaus wenigstens einen Aktivkohlefilter schalten. Aber die Frage war nämlich, ich habe neulich einen Politiker gefragt, warum macht sie das nicht? Sie sagt, wo tun wir das hin? Das ist ja hoch kontaminiert, wäre praktisch diese Aktivkohle und was soll man denn damit machen? Wie verwert man das? Also geht es in die Umwelt und man hofft über die Verdünnung, dass es halt dann doch nicht so schlimm ist. Aber wie du sagst, der Cocktail macht es. Kein Pirinia ist ganz was Gutes. Es ist ein Cocktail aus 1, 2, 3. Schmeckt in Summe gut, aber die Dosis macht das Gift. Und so ist es mit Wasser auch. Kann man eigentlich sagen, dass das Wasser vergiftet ist? Ne, kann man nicht sagen. Pauschal nicht. Es gibt gute Gebiete in Deutschland und jeder, der mit mir über Wasser reden will, mit dem sage ich erstmal, test mal der Wasser. Wo kommst du her? Ich schaue es mir genau an, weil das mittlerweile zum Hobby geworden ist. Wenn mich irgendwo einer anruft, aus Senftenberg oder so, dann schaue ich mir das an. Und die Wasseranalysen, ich schaue mir auch an, was der Wasserversorger offiziell preisgibt. Und da ist zum Beispiel hier in Annaberg gibt es zum Teil Superwässer und zu den Leuten sage ich, ich schmeiße dein Wasserfilter raus, den brauchst du gar nicht. Oder im Schwarzwald-Jogi-Löw-Land, wo unser Bundesjogi wohnt, da hat es ein richtig gutes Wasser. Darum sind die, ich empfehle immer vier Wassersorten, weil wer mir nicht glaubt, der muss 20 Euro investieren in Plose, Lauretana, Black Forest oder Hornberger Lebensquelle. Das sind die vier Wässer, die ich empfehle. Und zum Beispiel das Schwarzwaldwasser heißt ja Black Forest oder die Hornberger Lebensquelle. Und wenn ich so Ecken habe oder im Odenwald gibt es auch noch gute Ecken und das ist richtig schön, da erlaube ich mir dann Leute anzurufen, dass ich sage, Leute, ja nichts machen, das passt, das ist gut, vielleicht ein bisschen verwirbeln noch, aber das ist gut, das interessiert mich halt einfach. Aber was passiert jetzt mit diesem ganzen Müll, der ja da immer noch liegt und wir werden ja, es gibt ja nicht weniger Müll, das hört ja nicht auf. Das heißt, es wird ja eigentlich jetzt noch schlimmer. Wir haben die Altblast und es wird immer mehr und immer mehr. Du hast vorhin gesagt, naja, eigentlich müsste man es verbrennen. Oder einiges. Würde das wirklich was ändern? Also man müsste doch rein theoretisch jetzt wirklich auch die meisten Sachen heben, ausbuddeln und dann... Geht nicht mehr. Schassenlos. Ich meine, wir haben in Deutschland 594.000 Kilometer Versorgungsleitungen. Die sind aber zum Teil schon 120 Jahre alt. Damals hat man ja begonnen, diese ganze Kanalisation zu machen. Und die rosten und die sind ja voller... Ja, die sind ja auch zum Teil mit Stoffen, die ja heute schon verboten sind. Sind die noch verfüllt? Wie heißt denn das? Das eine dieses, wo man bei den Schulen immer ganz verboten hat. Fällt mir, glaube ich, da ein. Aber auf alle Fälle, die Leitungen, die liegen ja auch oft unter Häusern. Schau jetzt zum Beispiel in Leipzig, da kannst du doch du nicht sagen, liebe Leute, wir machen alle Wasserleitungen neu. Und jetzt kommt ja noch das Schöne. Die Häuser, die sind ja zum Teil schon 100 Jahre alt, die schönen Altbauten. Und du musst ja komplett alle Leitungen... Und dann jetzt hast du ein Haus, wo ein paar Ferienwohnungen drin sind, dann hast du ja stehendes Wasser. Also und das stehende Wasser, das reagiert natürlich zum Teil mit alten Leitungen. Und das ist... Und darum bin ich halt ein Freund von das Wasser anschauen und dann... Es ist nicht so schwer. Das ganze gutes Trinkwasser zu haben, ist nicht so schwer. Man muss halt das Wasser filtern und dann Return to Sender den Müll geben. Aber nicht bös gemeint den Müll, sondern einfach zu sagen, okay, der Versorger, also der Gesetzgeber müsste die Kläranlagen aufrüsten. Das ginge sehr gut mit biologischen, mit Kulturen. Wir haben einmal in Bad Birnbach einen Versuch gemacht. Ich muss dir vorstellen, es waren acht Hotels und diese acht Hotels haben wir das Abwasser zu 98 Prozent recycelt zu Trinkwasser über Mikrobiologie. Aber derjenige, der es gemacht hat, der hat einen Lehrstuhl an der Uni Deckendorf gemacht. hat er inne gehabt, der ist jetzt pensioniert und der hatte eine Kläranlage gebaut statt für 67 Millionen für 23 Millionen und damit war er aus dem Rennen. Weil natürlich dann hier das ein Riesengeschäft mit den Kläranlagen. Wer betreibt die Kläranlagen? Wer ist es? Also darum ist die Welt im Wandel. Wir können jetzt alles erfahren, wenn wir wollen. Und mich interessiert das halt. Naja, wir Menschen sind doch auch ich meine, wenn man mal so guckt, wir sind jetzt nur mit dem Wandel. Du sagtest vorhin, es ist eine Frage des Bewusstseins. Ja. Weil auch wir als Menschheit haben unsere tiefsten Themen ja auch nicht verarbeitet. Ja. Und haben sie auch erst mal nur weggeschoben, weggedrückt, schön verbuddelt und an den Teppich gekehrt. Richtig. Und jetzt erst durch diese neue Zeitqualität fangen wir an, unsere Themen aus der Vergangenheit eben auch anschauen zu müssen. Ja. Im Grunde ist es ein und dasselbe. Es ist ja nur, ich sage mal so, im Außen der Müll, der Spiegel, was in unserem echten Inneren stattfindet. Genau. Und die Chance, die wir jetzt haben, ist entmüllen, entgiften. Wir haben jetzt eine stille Zeit gehabt durch diese C19-Geschichte und da hat man schon die Chance zu reflektieren. Und ich sage, wir werden vermüllt von oben, von der Seite und von unten. Von oben werden wir vergiftet offiziell über die, über die Dings, Geo-Engineering nennt man das, die anderen nennen es Chemtrails, aber auch das kann man feststellen, wenn du den Klinghardt hörst, Dr. Klinghardt zitiert das Bayerische Umweltamt, wie stark die Belastung ist mit Strontiumbarium, bereits im Trinkwasser. Wenn du dann schaust, wie viele Tonnen die Flugzeuge alleine Kerosin über Deutschland ablassen und wie die Flugroten sind. Und wenn du dann die Wasserqualität misst und ich schaue mir natürlich auch die Krankheiten an, das muss ich schon auch sagen, das erlaube ich mir schon, immer da ein bisschen nachzufragen. Wir werden da von oben vergiftet, wir werden von der Seite vergiftet über 1700 zugelassenen Pflanzenschutzmitteln. Ich habe mir das ausgedruckt und zwar jedes Pflanzenschutzmittel im Excel-Format, eine Querspalte und das waren 142 Seiten ausgedruckt. Habe ich schon Schimpf gekriegt im Büro. Dann habe ich mir noch ausgedruckt vom Umweltbundesamt den Bericht von den Wasserkläranlagen von 2014, 2016. Wo, was, welche Havarie waren, das waren 559 Seiten. Habe ich aber dann nur ein Teil ausgedruckt. Und so ist das halt. Und dann, wie gesagt, 1700 Pflanzenschutzmittel, 872 Pestizide. Darum sage ich, werden wir von der Seite vergiftet. Alles fließt im Boden rein. Und von unten haben wir halt das Thema Altlasten, unterirdische Strömungen, Höhlen. Jetzt zum Beispiel wird es immer aktueller im Ruhrgebiet, in der Ecke, wenn das alles stillgelegt wird. Das läuft ja alles nach. Der Bergbau ist ja alles Höhlen. Das ist ja nicht alles sauber, tipptopp aufgeräumt. Da haben wir auch wieder verfüllt. Nicht im Wissen und Bewusstsein. Wie gesagt, es ist keine Anklage, es ist ein Verständnis. Warum sollten wir unser Wasser genauer anschauen, wenn jemand gutes Wasser trinken will? Wenn er nur Cola trinkt, ist es wurscht. Aber wenn jemand sagt, ich will richtig gutes Wasser. Die nächste Frage, wo wir dann später noch draufkommen, ja, was ist denn ein gutes Wasser? Naja, aber ich sage mal so, wir können ja jetzt auch noch, also wenn wir das Trinkwasser sehen, wir nehmen ja unser Wasser aus der Leitung für Kaffee, für die Kartoffeln, für alles, was wir so brauchen. Wie viel Wasserbedarf hat denn ein Mensch, also pro Kopf? Also du hast statistisch 120, 121 Liter. Das war mal bei 150, 170 Liter. Und jetzt haben wir das Wassersparen, was das Ganze noch verschlimmert. Ja, Wassersparen, Wassersparen. Jetzt hast du deine Spielmaschine, deine Waschmaschine, deine Toilette, du eine Dusche und überall sind Wassersparprogramme. Und durch diese Wassersparprogramme haben wir so eine konzentrierte, ich sage es, Brühe, die wir den Wasserwerken servieren, die werden natürlich wieder nicht fertig. Also es ist ein Zirkulus. Im Grunde ist es ein Zirkus, ein Kreislauf. Negativ. Und 4% auszudrinken. Mich interessiert nur der Mensch. 4% zum Trinken, das ist, ich bin ein Menschenfreund und ich mag die Leute und darum sage, du hast ja nur 4% vom Tagesbedarf. Also ist es sinnvoll, zu differenzieren. Aber der Mensch ist verbunden und eingebunden auf dieser Erde, mit Mutter Erde, mit den Tieren, mit den Pflanzen, weil ohne einen, da geht es nicht. Und wenn man jetzt diesen Kreislauf sieht, kann man, du sagst zwar, du bist interessiert an den Menschen selbst, dass es ihm gut geht. Aber der Mensch fängt an. Aber da fängt es an vom Bewusstsein. Beim Mensch fängt es an. Weil dann beginnt er nachzudenken, wenn er gutes Wasser, einen klaren Verstand hat, einen klaren Körper, einen entmüllten, entgifteten, dann beginnt er an, das Bewusstsein zu haben. Aber wir müssen beim Menschen anfangen. Nicht bei den Wasserleitungen, Klärwerke wären natürlich gut, Krankenhäuser, aber dann kommt es drauf, dass du sagst, nee, das tue ich mir nicht an. Ich schaue halt mal nach, ich forsche halt mal nach. Und so habe ich halt mit meinen Wasseranalysen, das geht los, ich habe Wasser mit 30 Mikrosiemens, also Leitfähigkeit oder 30 ppm, Parts per Million, im Wasser gelöste, leitende Teile, bis zu 900. Und dann schaue ich auf die Homepages, der Text ist überall gleich. Jeder hat den selben Text. Unser Wasser ist das Beste überhaupt. Es gibt richtig gute, aber unvorstellbare Unterschiede. Und du weißt aber nicht, was am nächsten Tag wieder daherkommt. Und da fand ich Leipzig ganz gut. Die haben zum Beispiel auf ihren Homepages oder Bremen, welche Chemikalien du zusetzt. Und das ist dann auch offiziell. Und die Liste der Chemikalien, die du zusetzen darfst und die Stoffe zur Ausbereitung, das sind, how much, die du jetzt das Wasser bearbeiten darfst, das Rohwasser. Das sind 78 Chemikalienformen. Und wenn du dann das mal genau anschaust, die Chemikalien, da hast du sehr oft das Thema Kanzerogen. Aber immer die Dosis macht das Gift. Muss man auch sagen. Wie mit allem. Mit allem, genau. Aber die Liste der Aufbereitungsstoffe ist Paragraf 11 von der Trinkwasserverordnung. Da steht alles drin, was du nehmen darfst. Und die Wasserwerke, was sollen sie machen? Also ich kenne das von mir von früher. Ich hatte immer so ein bisschen so ein inneres, so ein Abwehrunbewusst mit dem Thema Wasser, weil Wasser so elementwichtig ist, weil ich ja aus Wasser bestehe. Ich wollte irgendwas in mir, wollte sich nicht wirklich in der Tiefe damit auseinandersetzen, weil ich da nicht drum rumkomme, wirklich was zu ändern. Und wie ist denn das für dich im Alltag? Also es gibt jetzt schon sehr viele Menschen, die gerade auch unseren Sender sehen und so, die mittlerweile auch informiert sind. Wie ist denn so der Stand der Menschen? Wie gehen sie denn jetzt mit diesem Thema um? Ist es ersichtlich, dass sie jetzt bewusster werden? Oder sagst du, es ist auch so ein bisschen anders, dass sie sagen, es ist so erschreckend, wenn ich denen das erzähle, dass sie es einfach verdrängen, so wie sie es früher gemacht haben und schön wieder in den Keller schieben? Ich meine, die Zahl ist schon sehr gering. Es kommt, es wächst das Bewusstsein. Aber natürlich... Was meinst du, was ist gering? Die Zahl von denen... Die Zahl, die sich da das bewusst machen, ist immer noch viel zu gering, weil wir haben natürlich eine Werbemaschinerie. Wir haben so unfassbare Manipulationsmöglichkeiten der Menschen. Das sehen wir ja jetzt an der Möglichkeit, wie die Menschen manipuliert werden. Da reden wir von Heilwasser, Mineralwasser, Leitungswasser. Der Österreicher hat da gesagt, Herr, das ist gut. Mein Bauleiter hat gesagt, Erich, ich trinke Heilwasser und sage, so schaust du auch aus. Also, ja, das ist Tatsache. Also, du hast schon Recht, aber es sind noch viel zu wenig. Für mich ist es unerträglich, wenig unerträglich, wie dramatisch die Situation ist. Es kommt, aber durch die Werbung werden ja die Leute so verunsichert, dass die sagen, ach ja, ich trinke es dann halt nicht. Die weichen aus auf Mixgetränke. Wir werden momentan eher, sehe ich, vergiftet. Wir werden, es tut nichts Gutes. Die Leute trinken halt kein Wasser mehr oder dann trinken sie es mit Kohlensäure oder eben, wir haben, schauen wir die Werbung an, um was es da geht. Auch die Mineralwässer. Wer sagt dir, was gutes Wasser ist? Das machen wir ja später und da kann ich sagen, wie es geht, aber Was macht denn unsere Mutter Erde? Ich sage mal so, das liegt ja jetzt alles in ihrem Schoß, so würde ich es jetzt mal sagen. Wenn jetzt früher noch Altlastenflächen gemerkt wurden, die vielleicht nur Tausende waren und jetzt sind es irgendwie Hunderttausende, machen wir es mal so, kann es sein, dass Mutter Erde auch schon anfängt, sich zu wehren, indem sie es eben einfach auch sichtbar macht, indem sie die Gase und Stoffe eben jetzt auch nach oben schießen. Ja, ja, klar. Du hast ja zum Beispiel im Schwarzwald, habe ich erst letzte Woche wieder gelesen, das Thema Radone. Radone sind krebserregende Stoffe und das kommt im Schwarzwald sehr stark vor und das kommt auch aus und übers Wasser. Also die Mutter Erde wehrt sich, ja. Und da gibt es ja dann chemische Reaktionen. Richtig. Das ist ja nicht so. Das ist ja dann der Cocktail eigentlich. Genau. Und das Wasser läuft ja so. Ein Wassermolekül ist kleiner als ein Zehn-Millionstel-Millimeter. Das muss man sich ja erst mal geben, in der Größendimension. Und die kommen ja überall durch, die kriechen überall durch. Letztes Jahr hat die Mineralwasserindustrie aus dem Boden 15,1 Milliarden Liter gepumpt. vom Mineralwasserverband habe ich die letzte Zahl. 15 Milliarden Liter Wasser haben wir rausgepumpt aus Bereichen, die aber für die menschliche Genetik nicht mal vorbestimmt sind. Also wir beuten das im Moment aus. Die Mutter Erde wehrt sich, aber du musst dir vorstellen, unterirdisch, wenn das Wasser fehlt, dann muss erstens was nachfließen. Drum testet die Mineralwasserverordnung nur 16 Stoffe. 16, das ist gar nichts. Das ist ein Witz. Aber wer bestimmt dann das? 16 Stoffe, muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Milliardengeschäft, machen wir uns nichts vor. Und dann hast du drei verschiedene Wasserschichten und jetzt gräbt man schon die unterste Schicht an. Also es tut dringend Not, hier einfach das Bewusstsein zu machen. Also diese Aufklärung ist entscheidend. Und da kann es auch nicht genug Gehör finden und genug Informationen. Das Schönste ist, ich habe schon mal erzählt, es ist Berlin. Ich war da vor dem Amtsgericht gestanden, und dann sagt die Richterin, Herr Meider, zieh mir dir ein Wasser, wir haben das beste Wasser in Berlin. Dann sage ich, aber es ist witzig, weil in Berlin steht, wir haben super Wasser, weil Oberflächenwasser. Dann komme ich nach München und ich lese auf der Homepage München, kann jeder lesen, wir haben das beste Wasser, weil es ist kein Oberflächenwasser. Also reines, fantastisches Wasser haben wir nur 8%. 62% ist Grundwasser. Grundwasser ist halt, was runterläuft. Schau Ulm an, so Städte, die holen das Wasser aus der Donau raus. Naja, aber wenn man jetzt mal genau hinguckt, wir bestehen aus Wasser, jede Tomate besteht aus Wasser, ja? Und die Fische, die bestehen im Grunde aus Wasser, im Wasser, von Wasser. Die besten Wassertester sind die Fische und die Hunde und die Katzen. Die Fische sterben. Richtig. Ja, und das ist der Qualitätsmaßstab und nicht diese Werbeaussagen. Und Hunde und Katzen auch? Die fühlen das instinktiv, Nur, das war der Schlüssel, wo ich nachgedacht habe, warum trinkt der Hund aus der Pfütze und nicht das gute Mineralwasser? Frage zwei, wenn ich jetzt einen Schwerverbrecher suche oder Lawinenopfer oder Rauschgift Täter, dann hole ich einen Spürhund. Ja, warum trinkt jetzt der nicht aus der Pfütze? Antwort, weil er nicht Zeitung lesen kann und Fernsehen schaut. Das ist die Tatsache. Das heißt, Pfützenwasser ist gesünder? Also, mein Hund trinkt immer und ich merke immer, wie im Grunewald bei uns in Berlin alle Hundebesitzer dann immer sagen, ey, lass dich nicht aus der Pfütze trinken und so, da denke ich immer, aber am Grunewaldsee hier hast du Hautausschlag, Augenausschlag oder so Entzündung gehabt, da ist der See gekippt jetzt vor ein, zwei Wochen und dann denke ich, da kann doch das eigentlich nur gesund sein, die Pfütze. Ja, 100 Prozent, weil früher hat man ja auch gesagt zu den Kindern ein bisschen Sand, wenn sie erwischen und so, wir nehmen jetzt ja... Dreck reinigt den Magen, haben wir früher gesagt. Und das nehmen, das kaufen wir jetzt wieder als Menschen. Also zum Beispiel Schindel, Mineralien sind auch zerrieben, ist eine Wohltat, weil die nehmen sehr viele Stoffe auf. ich sage nur, weißt du, mein Schlüsselerlebnis war der Tsunami. Sterben 290.000 Menschen und kein Wildtier. Und darum ist für mich der einzige Ratgeber, weil es hat der Meidert recht, ja oder nein. Aber recht hat die Natur. Du meinst Wildtier nicht, weil sie es vorher schon haben geahnt und gefühlt. Die haben es gespürt, die haben einen Überlebensinstinkt. Uns ist es ja verloren gegangen. Wir werden total, Entschuldigung, verdeppert vor lauter Werbung und Informations. Aber die Natur sagt es dir. Wie? Ich sage zu den Leuten, ihr braucht mir nichts glauben. Macht es doch einfach. Nehmt es, für einen Euro investiert ihr in Kresse oder in irgendeinen Samen und dann nimmst du dein Mineralwasser, das du kaufst, du nimmst dein Leitungswasser und du nimmst eines von diesen vier Wassersorten. Brauchst nichts von mir machen. Und da machst du mal drei Wochen lang den Versuch, den machst du eine Petrischale oder eine Tasse und dann schaust du, wie gedeiht die Pflanze. Und du wirst sehen, dass das Wasser zum Beispiel aus der Pfütze wird besser gedeihen wie aus deiner Leitung. Pauschaliert ist schlecht, aber kann man halt, das sind so Versuche und darum sind die Hunde die besten Wasserte, die Katzen lassen sich nicht manipulieren, die Pflanzen kannst du nicht manipulieren. Ja, aber weißt du, das ist jetzt eine Bewusstseinssache, sagst du. Ja, aber wir sind ja nun mal jetzt seit Hunderten von Jahren auf einem Weg, wo wir uns vergiften, sagen wir es mal so. Das heißt, diese ganzen Giftstoffe sind ja schon Teil unseres Systems. Also sind wir schon gar nicht mehr in unserem natürlichen Zustand, dass wir diese Instinkte überhaupt wachrufen und nutzen können. Also dann würde man wahrscheinlich wirklich an der Pfütze sitzen oder sagen, hier passiert jetzt was, wenn wir das jetzt nicht überblicken. Gehen wir jetzt mal vom Horrorszenario von diesem Ganzen, was da ist. Gehen wir mal ins Positive. Was müsste deiner Meinung nach passieren jetzt, dass die Welt so aussieht, wie du sie dir vorstellst? Du musst wieder werden wie der Hund. Der Hund tut jeden Tag Gasse gehen. Er bewegt sich jeden Tag und er hat noch seine Urinstinkte. Also der Hund, also für mich sind die Tiere die Vorbilder. Die entgiften, die entmüllen, die gehen in die, die baden sich, dann ab und zu, aber die bewegen sich. Also was ideal wäre, dass jeder bewusst gutes Wasser trinkt. Dann klärt sich alles aus. Das Gehirn hat 90% Wasseranteil, bei 3% Masse braucht aber 20% vom Körper Wasser braucht das Gehirn. Wir haben manche Politiker, die zittern schon, ist aber eine Folge von Wassermangel. Wow, also ich glaube, das Thema gibt jetzt noch so viel her, da werden wir noch mal in die Tiefe gehen. Das ist jetzt wirklich spannend, aber ich glaube, es ist entscheidend, auch wirklich da noch mal ein Appell zu starten, aber liebevoll, nicht wertend, sondern das liegt in unserer aller Verantwortung, jetzt zu lernen, wie man differenziert, was klar ist, was verschmutzt ist, was wahr ist, was Lüge ist. Ja, wahr ist es halt und ich schaue mir auch die Gesetze an, ich sammle das, es ist ganz schwer im Internet zu finden, seit 1963, wann es erstmals Trinkwasserverordnungen gibt und für mich war entscheidend, die EU-Trinkwasserrichtlinie 1980, die sah vor, 400 Mikrosiemens in der Leitfähigkeit, in der elektrischen Leitfähigkeit, die sah vor, 2500 Ohm Widerstand, das hilft mir dann bei Gesundheit und sowas, und dann schaue ich die Grenzwerte im Laufe der Zeit an. Ich habe alles durchsucht nach diesen EU-Deutschen, wann gab es irgendwo Zahlenrichtwerte, also da sitzt du tagelang im Internet, bis du immer ein bisschen was findest, ein paar konkrete Werte, ein paar wurden verbessert wie Blei und so, aber grundsätzlich geht es mir um die Leitfähigkeit, die Summe der Stoffe, immer die Dosis macht das Gift und wie ist das gewesen? Also um deine Frage zu beantworten, man muss ganz klar, aufwachen, prüfen, anschauen, nicht alles glauben, sondern einfach sagen, ist die Natur für mich ein Maßstab, ja oder nein, wenn eine Pflanze gut wächst, wenn es der Hund gut trinkt, glaube ich dem mehr, als in einer Werbeaussage von einem Milliardenkonzern, der, wie gesagt, 15 Milliarden Liter rauspumpt, 1970 haben sie dich ausgelacht, da hast du 10 Liter im Jahr statistisch getrunken, der Deutsche, und wie ich angefangen habe, das zu sammeln, da waren es 124, jetzt sind wir bei 150 Liter, 15 Milliarden pro Jahr, nur in Deutschland, werden von der Mineralwasserindustrie, und jetzt gibt es ja einen großen Aufschrei von der Mineralwasserindustrie, denn die hat es nämlich geschafft, ein Gerichtsurteil herbeizufinden, zu rufen, dass Trinkwasser gesund wäre, dass das Leitungswasser gesund wäre, das dürfen die Wasserversorger jetzt nicht mehr sagen, weil die bei 15 Milliarden jetzt stagnieren, und ich lese dann immer die Berichte von denen, von der Mineralwasserindustrie und Heilwasserindustrie, wie sie sich bemühen, den Absatz wieder zu fördern, ist nämlich, wenn du dann schaust wieder, wenn es Nachrichten sind, wenn irgendwelche Gemeinden die Wasserrechte verlängern wollen, was die Konzerne für so einen Kubikmeter Wasser bezahlen, also das, das darf man sich gar nicht sagen, das ist ein Milliarden-Business, Reingewinn, wo hast du ein Loch, pumpst du das raus, füllst du es in Flachen, auf 16 Stoffe, auf 16 Stoffen, und dann, zwölf Stunden nach der Abfüllung, muss es getestet werden, und danach nie mehr wieder, und warum meinst du das, auf jeder Flasche, jetzt im Sommer, schau mal drauf, jede Mineralwasserflasche steht auf, kühl, dunkel, trocken, lichtgeschützt, und abseits von geruchsbildenden Stoffen lagern, hält nur zwei bis drei Tage. Ja, weil wenn du das nicht tätest, hättest du da eine Überraschung. Du hast sie, das sind millionenfache keine. Entschuldige, dass ich lache, aber das ist fast Verzweiflungslachen, weil eigentlich ist das echt ein kosmischer Witz, und so dramatisch, du bist schon echt, du bist so undenkbar. Wir haben hier, ihr habt hier ein Wasser, habt ihr hier, mein erster Blick war, wann war die amtliche Analyse, kannst du nachschauen, 2005. Bei uns im Landkreis Ebersberg gibt es noch ein Wasser, das mit der größte Steuerzahler ist, das steht drauf, heute noch, heute im, was haben wir jetzt, Juni, steht drauf, amtliche Analyse, 23.06.1992, laufen bestätigt, die Kontrollen. Das ist so. Du brauchst nur draufschauen, es steht drauf. Aber es wird natürlich werbewirksam, die Wässer, die einfach nicht so gut sind, die werden dann als besonders mineralreich, und das machen wir später. Also wie gesagt, wichtig ist, Wasser ist das fließende Element, und das, was fließt, kann sich selbst auch generieren, heilen, kann auch wieder letztendlich in die Gesundheit gelangen und das, was steht, verstockt, verschimmelt, vergammelt, was man nicht anschaut, und was man wegschiebt im Leben, ist eine Zeitbombe, machen wir uns nichts vor. Es ist da, es ist passiert, so und jetzt, darum sage ich Welt im Wandel, man kann wirklich das Thema selber lösen, man kann das machen, Möglichkeiten gibt es genug, natürlich da auch wieder ihre Geschäftsmöglichkeiten, weil du gesagt hast, der Krieg um Wasser, so ist ja auch der Krieg um diese Aufbereitung und die Tosenstattung. Ja, das können wir, wir haben jetzt uns vorgenommen, dieses Thema von allen Seiten zu beleuchten, ich glaube trotz allem, wer heute wirklich zugehört, hat, von unseren Zuschauern, der kommt nicht drum rum, sich das anzuschauen, einfach mal erst mal zu fühlen, weil wir sind verbunden mit allem und alles, was hier passiert, betrifft unser Überleben, unsere Zukunft und wir sind jetzt im Bewusstseinszeitalter, das heißt, wenn nicht jetzt, wann dann, und ich bin guter Hoffnung, dass wir das hier schaffen. Man muss immer noch eines wissen, wir glauben immer, wir leben so viel länger wie früher, wenn ich die Kindersterblichkeit wegtu, dann ist es gar nicht so viel, aber, und da hast du genau recht, wir haben jetzt die Chance, wir haben die Chance, das Radikal zu unseren Gunsten zu wenden. Und das ist auch so eine Sache, das würde ich gerne noch kurz sagen, weil das liegt mir so am Herzen, vielleicht kannst du das auch bestätigen, wir haben so viele Jahrzehnte immer in Krisen gedacht als Problem, aber wir haben jetzt wirklich auch durch die aktuelle Weltlage und Zeitqualität auch gelernt, die Krise als Möglichkeit zu sehen. Das heißt, es musste so weit kommen, offensichtlich, sonst wäre es nicht so, dass wir jetzt hinschauen. Vorher klingelt es eben einfach mal nicht. Definitiv. Das heißt jetzt, die Zeitbombe ist da. Bei mir in der Firma oft, da heißt es ja, du mit deinem positiven Denken, aber die Chinesen sagen, Krise und Schase kannst du nicht unterscheiden. Und wenn ich jetzt in der Firma sage, liebe Leute, wir haben jetzt eine Chance, da wissen die schon, auwe, irgendwo brennt es wieder. Es ist aber so, wir haben die Chance, etwas Besseres zu machen, wir haben die Chance, es zu hinterfragen, bevor wir noch mehr in die Sackgasse gehen. Also Krise und Schase ist definitiv eins zu eins. Und was ich lernen durfte aus der Astrologie, es gibt kein Gut und Böse. Es ist, wie es ist. Und jetzt kommt die Frage, und da hast du völlig recht, intuitiv. Du spürst es ja, die Leute trinken kein Wasser mehr. Sie lehnen es ab, Sie betäuben sich mit Kohlen. Ja, darüber reden wir gleich. Wir reden darüber weiter, weiter, weiter im Feld. Und bleiben heiter. Lass es hier einfach stehen, weil ich glaube, das ist jetzt erst mal Sack zu, Karton zu. Arbeite damit. Wir haben ein Thema. Gehen wir, gehen wir. Ich danke dir für diese Aufklärung. Es ist alles Umweltbundesamt. Das muss man keine nichts. Wunderbar. Nichts Verschwörung, sondern einfach amtlich Umweltbundesamt, Tagungen. Da gab es eine Tagung zum Altlasten im Jahr 2014 noch. Der Band, das sind 110 Seiten, schöne PowerPoint. Ich glaube, ich habe es auf der Homepage und so. Nur zum Thema Rüstungsaltlasten. Was, wo ist? Und wenn du das anschauen, ich sage nur, Rhein-Main-Gebiet, die Ecke, Richtung Frankreich nüber, Frechen, die Orte, egal wo. Mich interessiert es. Ich bin heute ein alter Fußballer und schaue, wo die Fußballvereine sind. Aber Gott sei Dank gibt es Menschen wie dich, die Historiker sind und eben auch für die Menschen da sind, die Herzen öffnen. Mainz hast du heute dafür geöffnet. Wieder ein Stück weiter. Vielen, vielen Dank, weil Welt im Wandel wächst auch mit Menschen wie dir. Danke. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch heute auch ein bisschen wachgerüttelt. Ihr seid jetzt ein bisschen nachdenklich und erinnert euch, nicht alles, was wir tun, ist immer gesund. Aber jetzt haben wir die Chance, das zu werden und für immer zu sein. Ich danke euch fürs Zuschauen, Teilen dieses Beitrages, was auch immer, eure Kommentare dazu. Ja, es gibt kein Richtig und Falsch. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.